Hallo Leipzig, wir sind endlich hier und ich freue mich riesig auf Leipzig, ihr seid die Besten. Wir freuen uns auf euch in Leipzig, in dem wunderbaren Stadion. Und es geht sowas von ab morgen, das glaubt ihr gar nicht. Selbst aus dem All sind sie gekocht, um das zu sehen, was hier in Leipzig abgehen wird. Yes! Guten Tag ihr Lieben, ich freue mich sehr, gucken hier heute in Leipzig, gucken, Party machen, Happy Panic Orchester, verstehst du? Wir freuen uns alle sehr auf euch in Leipzig hier, diese zwei Tage für euch zu spielen. Hallo Leute, keine Panik, wir freuen uns auf euch hier im Stadion in Leipzig. Bis nachher, morgen, tschüss. So Leute! Soundcheck beendet, klingt tierisch hier bei euch in Leipzig und wir freuen uns wie wahnsinnig auf Freitag und Samstag. Kommt zahle rein! Hallo liebe Panik TV Zuschauer, wir sind hier in Leipzig, wir sind im RB Stadion in Leipzig, in der Red Bull Arena. Und am Freitag und am Samstag singt hier ein begnadeter Nachwuchssänger, wenn sie mal kurz schauen möchten. Ja, ich bin das, guten Tag. Hallo, hi. Ich trau mich gar nicht so richtig auf die Bühne. Ich bin nur zu schüchtern. Das ist immer gut. Du bist ja bei mir, ne? Ich helfe dir ein bisschen, zumal wir ja in Düsseldorf schon zwei Generalproben gemacht haben. Und es war schon in Düsseldorf der Hammer, aber hier wird es noch geiler. Kommt vorbei, Freitag, Samstag in der Red Bull Arena in Leipzig. Udo, L und Freunde. Ich bin tot sicher, dass das Publikum in Leipzig sowas davon abliegt und dass die ganze Meute tragen wird. Und ich glaube, Udo ist ja auch schon ganz aufgeregt, weil wir landen schon öfter in Leipzig. Achso, ich freue mich total. Ich, der Frau Drack, auf euch, Freunde. Wir sind's Udos Pustetwächse. Und wir pusten euch das Stadion noch mit. Am Freitag und Samstag. Ja, liebe Fans aus Leipzig, beziehungsweise die alle nach Leipzig kommen werden. Ich sage erstmal Danke für euer Erscheinen, wenn ihr da seid. Und ich wünsche euch nur ein richtig tolles Abenteuer, so wie wir es immer wieder erleben. Können wir auch nur gemeinsam und ich hoffe, es klappt. Hey Experten, hier in Leipzig, Panik-Hauptstadt. Total Rekord, 100.000 Leute. Ja, das göttliche Panik-Orchester. Fassen wir die Bälls wie eben ab mit euch zusammen hier in Rock'n'Roll Arena in Leipzig.